Ja, ich sitze hier schon so bequem, da könnte man sich jetzt richtig vorstellen, hier Netflix oder so zu schauen. Also das ist quasi bei uns nicht nur die einzigen Möglichkeiten, nicht nur von Geräten, Größe, Auflösung etc., sondern auch die Einbauposition, würde ich sagen, das Prototyp, das wir heute ausprobiert haben, ist quasi nicht nach Kundenswünsch ausgelegt, sondern quasi Geschmack, sagt mein Chef. Deswegen, man kann behaupten, wir brauchen was anderes, beispielsweise hier eine Beamer oder eine X-Boss, also eine X-Boss oder eine Playstation oder halt eine Computer, das können wir alles erledigen, beispielsweise, Sie können es ja gerne bei unserem anderen Demonstrationsfahrzeug anschauen, können wir an der Bettposition auch schon ein Bildschirm entweder hinten da verstecken oder halt so eine Beamerstoffe von oben nach unten fahren, welche kann man ja auch verwenden als so quasi als eine Abblendstoffe in der Nacht. Ich finde sowas auch wichtig heutzutage.